Nur sitzen ist doch langweilig. Nur liegen auch. Die Wahrheit liegt, das sagen alle schlauen Leute, irgendwo dazwischen. Modulmaster ist die exklusive Antwort und das ultimative Mittel, Ihre Sitzmöbel an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Modulmaster bietet Ihnen alle Gelegenheiten, dies auch perfekt in die Praxis umzusetzen. Nehmen Sie sich einfach eine von den Planungstafeln, die sich an den Couch-Garnituren befinden und legen Sie los. Bis zu 130 Typen sind im Programm. Unsere Einrichtungsprofis nehmen sich Zeit, um Ihre Modulmaster-Lösung zu planen. Schieben Sie sich Ihre Schnuffelecke zusammen, planen Sie, verwerfen Sie und planen Sie erneut. Ihnen ist hier keiner böse, wenn es auch ein bisschen länger dauert. Fragen Sie uns, wenn Ihnen die Ideen ausgehen, denn dafür sind wir schließlich hier. Die einen nennen es Luxus oder Komfort. Wir nennen es die vernünftigste Art, Ihr individuelles Sitzmöbel zu planen. Wie oft haben Sie nette Freunde nach Hause schicken müssen, weil Sie ihnen kein Gästebett anbieten konnten? Wie oft haben Sie nach nützlichen Sachen gesucht, weil Sie keinen Stauraum hatten? Und wie oft haben Sie sich eine flexiblere Sitzposition gewünscht? An kalten Winterwochenenden, an denen man einfach nur kuscheln möchte. Modulmaster macht jetzt alles einfacher, planbarer, mit super Funktionen, die das Leben ein ganzes Stück bequemer gestalten. Denn einfach nur sitzen ist ja sowas von out. Solide Gestelle, komfortable Polsterungen und selbstverständlich familien- und pflegefreundliche Bezüge in den unterschiedlichsten Stoffen und Leder in großer Farbauswahl. Relax- und Liegefunktion. Und in der Couch-Garnitur. Ihnen ist nach Stauraum, da wo Sie ihn brauchen? Ja, warum holen Sie ihn sich nicht? Sie wollen einmal am Tag endlich mal so sitzen, wie Sie es möchten. Sich auf dem Sofa rumflätzen. Die Relax-Ecke ist eine der genialsten Erfindungen des letzten Jahrhunderts und wartet nur darauf, endlich in Ihr Wohnzimmer zu kommen. Der individuell einstellbare, entspannende Sitzwinkel erhöht den Wohlfühlfaktor. Immer dran denken, es ist Ihr Sofa, Ihre Kuschlecke, Ihr Leben. Was Sie glücklich macht, ist hier interessant. Und wenn es eine Rundecke mit Rondellabschluss ist, dann muss die Welt halt damit leben. Auf Wunsch übrigens auch mit abklappbaren Armlehnen und individuell einstellbarer Rückenneigung. Modulmaster. Wohnlandschaften zum Entspannen und Träumen. Planen Sie jetzt Ihren Feierabend mit Modulmaster. Planen Sie jetzt Ihren Feierabend mit Mühlschrank. Wir machen das Wohlfühlfaktor. Vielen Dank.